Wir dachten ja sowieso auf, man. Wir essen zu viel. Früher kommst du ja in den 70er Jahren, sonst macht man ja so einen Rampenabend. Ich brauche immer noch in der Frucht, aber die gucken kannst du. Oh, hier mein Dicker, hier zehn, wenn hier keiner wieder wegkommt. Schöne Weihnachten.